Traktoren und Gerätebau von der Firma FXS Sauerburger. Aus der Praxis für die Praxis. Das Familienunternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Landmaschinenbau setzt auf Kontinuität und Qualität. Durch den Einsatz modernster Fertigungstechniken sowie die langjährige Erfahrung der kompetenten Mitarbeiter bei FXS Sauerburger gelingt es täglich die eigenen hohen Qualitätsstandards umzusetzen. Die hauseigene Konstruktion und kurze Entscheidungswege ermöglichen eine rasche Umsetzung von Neukonstruktionen und Produktpflege. Hochmoderne Fertigungsanlagen, CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen und der Einsatz jedes Mitarbeiters garantieren Top-Produkte, gefertigt im eigenen Haus. FXS Sauerburger produziert Teleskoplader, Hoflader, Hanggeräteträger sowie Schmalspurtraktoren. Außerdem werden Anbaugeräte für den Wein, Obstbau, kommunal und landwirtschaftlichen Einsatz produziert. Unser Flaggschiff im Geräteprogramm ist das Schlegelmulchgerät Pegasus mit einer Arbeitsbreite von bis zu 9,50 Meter. Weltweit das Schlegelmulchgerät mit der größten Arbeitsbreite. Unsere Produkte sind weltweit geschätzt und beliebt, denn Qualität zahlt sich aus. Das neueste Produkt der Firma FXS Sauerburger ist das neue Multitalent GRIP4 in allen Lagen souverän, kraftvoll, geländegängig und komfortabel. Ganz nach dem Motto aus der Praxis für die Praxis. FXS Sauerburger entwickelt und baut langlebige Qualitätsmaschinen ohne Kompromisse. Gerne sind wir Ihr Ansprechpartner. FXS Sauerburger – made in Germany